Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Ich bin zurück aus dem Urlaub und jetzt wird es auch wieder regelmäßig Updates geben, in dieser Woche sogar jeden Tag, zusätzlich zu den laufenden und auch neuen Sendungen auf dem Tippchecker-Kanal. Die heutige Sendung wird präsentiert von BNP Paribas Zertifikate, vielfach ausgezeichnet und ein verlässlicher Partner bei Zertifikaten und Hebelprodukten. Und wie immer, alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko, dies ist keine Anlageberatung, und ihr handelt wie immer auf eigenes Risiko. Ja, die Lage im aktuellen Iran-Israel-Konflikt scheint sich derzeit nicht weiter zu eskalieren. Zumindest preisen das die Märkte so ein. Ja, und neben den ungelösten Konflikten kommt die Inflation zurück. Die war gefühlt nie wirklich weg. Doch jetzt steigen nachweislich die Preise wieder in den USA. Ein Kernproblem für die amerikanische Notenbank. In diesem Umfeld kann sie nicht die Zinsen senken, vor allen Dingen, wenn der Ölpreis zu hoch bleibt. Die amerikanischen Geschäftsbanken haben die Berichtssaison eingeleitet und mit schwachen Prognosen für Kursverluste gesorgt. Das liegt an den Zinsen und am Kapitalmarktgeschäft. Die großen Player aus dem Tech-Bereich werden erst in ein paar Wochen den Quartalsausblick formulieren. Und bis dahin bleibt es kritisch. Denn die Indizes haben nun eindeutig den Aufwärtstrend verlassen. Eine Konsolidierung in der Aufwärtsbewegung vom Januar. Gegebenenfalls wird es mehr. Es hängt davon ab, ob jetzt nach der Erholung weitere Tiefs gemacht werden. Kommen wir zu einem möglichen Hebel-Trade. Im Crash-Cash-Video haben wir ein Short auf die Warta besprochen. Heute bei Hotbeds ein möglicher Hebel-Trade auf die Klöckner. Europas größter Stahlhändler. Der ist nämlich sehr zyklisch unterwegs und hatte zuletzt eine sehr hohe Abhängigkeit vom Stahlpreis. In den letzten Jahren ist hier ein Verlust entstanden. Daraufhin wurden schlussendlich europäische Aktivitäten abgebaut. Kernmärkte bleiben nun Deutschland, Österreich, Schweiz und auch die anderen Länderaktivitäten in Nordamerika. Frankreich wurde eher abgestoßen. Wenn nun die Zinssenkungen im Euro-Raum kämen und sich daraufhin die Konjunktur fangen würde, sollte es auch wieder in Europa besser laufen. Nordamerika bleibt stabil. Die Wirtschaft ist sogar überraschend gut. Und mit der Trennung von unprofitablen Bereichen und dem Ausbau in den USA und in Kanada lässt sich laut Management die Trendwende einleiten. Hier gibt es auch immer wieder den Hinweis von mir, dass ich investiert bin in die Klöckner. Muss ich machen. Das wird von mir verlangt. Ich bin in die Aktie investiert. Ich habe keine Hebelprodukte drauf. Das Management von Klöckner ist auch optimistisch für das laufende Jahr, dass sie dank des US-Geschäftes insgesamt die Gesellschaft in einen positiven Bereich wieder führen könnten. Die Marge soll dann eben auch positiv sein und der Stahlpreis zog in letzter Zeit auch wieder an. Zudem ist Klöckner auch ein Vorreiter, was die Digitalisierung betrifft. Bestellungen werden über elektronische Marktplätze abgewickelt und die Lagerkapazitäten werden immer optimaler gemanagt und das führt schlussendlich zu geringeren Kosten. Klöckner ist auch modern, in Anführungsstrichen, wenn man das vom Stahlhandel so sagen will. So wurde ein Klassifisierungssystem für CO2-reduzierte Stahlprodukte eingeführt, von der Rohstoffgewinnung bis zum Stahlprodukt. Neben diesen ganzen zyklischen Komponenten gibt es auch noch zwei Gründe, die für den Aktienkurs sprechen. Über 40% der Aktien liegen bei Friedhelm Loh bzw. seiner Beteiligungsgesellschaft. Und diese 40%, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Eigentlich würden nur über 50% Sinn machen. Und Beobachter halten es nun für möglich, dass Loh zusammen mit anderen Beteiligungsfirmen erneut Anlauf nehmen könnte, um Klöckner schlussendlich sogar ganz zu übernehmen. Und dann könnten bisher unentdeckte Werte gehoben werden. Isoliert betrachtet dürfte allein das US-Geschäft mehr wert sein als der gesamte Konzern. Charttechnisch sieht es ebenfalls positiv aus. Seit dem letzten Hoch hat sich der Kurs zwar halbiert, aber nun ein Boden gebildet. Charttechnisch steigen die kleinen Durchschnitte an. Und 7 Euro war das letzte Hoch, wird das rausgenommen, sind 9 Euro möglich. Die Zahlen kommen am 7. Mai und vielleicht wird es dann einen positiven Ausblick geben. Die Aktie würde es auf jeden Fall honorieren. Es gibt diverse Hebelprodukte am Markt. Ich würde maximal ein Hebel-3-Produkt wählen. Angesprungen ist hingegen schon der Aktienkurs von ProSiebenSat.1. Und hier kommt der Rückenwind durch anhaltende Spekulation über eine mögliche Abspaltung von Beteiligung. Eigentlich ein alter Hut, aber es scheint nun wahrscheinlicher zu werden. Der italienische Großaktionär fordert nämlich eine Fokussierung auf das Kerngeschäft Fernsehen. Die Dating- und E-Commerce-Geschäfte sollen abgetrennt werden. ProSiebenSat.1 hatte ja vor 10 Jahren Medialeistungen gegen Firmenanteile getauscht. Damals hieß das Media for Equity. Und diese Reste der Beteiligung schlummern noch in der Bilanz. Eine Option wäre ein Börsengang von Parship und Co. Ein Verkauf an Finanzinvestoren ist eine zweite Option. Oder die Fusion mit einem anderen Unternehmen wäre denkbar. Banken sollen bei Verifox und Flaconi bereits Preisprüfungen durchgeführt haben. Und die Analysten von Barclays schätzen, dass die beiden Einheiten einen Gesamtwert von etwa 800 Millionen Euro haben könnten. Am 30. April wollen die Italiener über die Aufspaltung des Konzerns abstimmen lassen. Auf der HV. Aufsichtsrat und Vorstand von ProSiebenSat.1 lehnen das ab. Dem Aktienkurs hilft es auf jeden Fall schon mal vorab. Das war's für heute. Ich melde mich morgen wieder. Bis dahin, alles Gute.